Kann man gleichzeitig ein- und ausatmen? Kann man mit der Nase einatmen und gleichzeitig mit dem Mund ausatmen? Wenn ja, wie? Nach langjährigen Nicht-Studien bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass es, bei mir nicht geht, Zirkulationsatmung oder wie man das nennt, braucht man glaube ich zum Trompete spielen. Man tut Luft in die Backen, presst die dann raus und atmet durch die Nase währenddessen ein. Nein, hierbei handelt es sich um etwas anderes. Haha, okay. Wie gesagt, ich kenn mich da nicht aus. Klar. Muss man sogar ZB beim Didgeridoo spielen? Nennt man Zirkularatmung? Woher kenne ich dich eigentlich? Hab ich's grad probiert? Ja Ergebnis nein. Na also irgendwoher kenne ich dich doch auch. Der Vorgang geht über einen Atemweg, also rein aus Logik nein, ich glaube nicht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken. Bis zum nächsten Mal.